Konnte man die Hühnchen-Eier nicht craften? Ja, das waren glaube ich 8 Pfeile. Und anscheinend ist das disabled. Explan-Town. Das habe ich momentan sonst noch so... Äh... An Quests jetzt, oder wie? Allgemein ja auch an Konstruktion. Ach genau, meine Dreck- und Soul-Sand-Farm kann ich mal kurz zeigen. Ja, das habe ich alles per Hand gemacht. So wie... Ihr wisst, der Lila-Gottesanbeterin. Hm? Hä? 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 Okay. Ich glaube, die Referenz hat jetzt keiner gecheckt. Doch besser so, wahrscheinlich. Komperiment hat es doch halbwegs groß. Dann... Ach so, ist der Krater. Hä? Ja. Das habe ich übrigens auch nicht verstanden, weil ich davon keinmal verstanden habe, weil es schon wieder so schön von euch ist. Fast so groß wie dieser Krater. Das davor habe ich auch nicht gehört. Ich hätte den ganzen Satz nicht gerafft. Wie ist die zweite Hälfte ins Gesicht zu schmeißen? Wenn es der doch relativ groß ist eigentlich. Ah... Aber wäre eine Gottesanbeterin eigentlich eigentlich Mantis? Ja, Mantis, Mantide... Ich habe mir auch mal den Kerl geschrieben, aber ich habe ihn mir nicht angesehen. Ich habe ihn von Markus nicht gehört. Von was? Der Kerl, der so tolle Konstruktion baut. Okay. Übrigens haben wir jetzt auch einen Quarmentunnel. Das nur zum anderen. Magik. Wo ist mein Magik-Glas? Aber da ist es schon wieder. WTF? Ich glaube, wir haben den Grund gefunden. Wie macht man ein... ein Bruststück? Ich habe gerade aus Versehen anschließend... Schuhe gemacht. Ja. Genau so. So und dann obendrauf, wa? Und dann... ne. So wie du normales Bruststück auch machen würdest. Ja, so mache ich ein Bruststück. Ne. Bruststück machst du mit einem Platz oben frei. Und hier sind einen Platz oben frei, kommen die Soul-Armor-Forge. Ach so. Ist das beschissen. Ich dachte, die Soul-Armor ist die Mitte des Crafting-Grids. Ne. Und nicht oben. Es ist... Eigentlich fast ein beliebiges, freies Feld. Kannst du die Schuhe mir geben und dich einbinden. Ja, die sind da hinten... In der Chest. Das klingt auch immer so gar nicht falsch oder so. Deswegen sage ich es auch nicht. Du hast es doch gerade gesagt, meine Güte. Hat man den Sarkasmus nicht gehört? Nein. Dann waschen die Ohren. So. Nein. 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 Ohrenwaschen ist ekelhaft. Aber notwendig. Nein. Hast du jetzt noch so Filled-Sockets? Knockets? Ey. Nur die, die du da hattest. Vielleicht sind wir das Team noch, weil ich habe... Ich beifele es. Hatten wir nicht genügend gemacht? Wo sind die alle hin? Keine Ahnung. Ähm. Was? Nic. Ich verbrenne Blut. Ich verbrenne Blut. Ich verbrenne Blut. Ich verbrenne Blut. Na gut. Das muss erst mal reichen. Hier Sarkets habe ich jetzt wieder. Ähm. Du hast auch Chestpiece und Leggings und so Zeug. Ja. Mein Flieger Chest... Was ich eigentlich... Ich bräuchte erst eine Hose. Ja. Ich glaub da haben wir jetzt genug. Simon mach mal. Ich bin gerade mit Quests beschäftigt. Das lass es dir von Markus machen. Äh. Okay. Muss das eher aktivieren oder kann das ich auch machen und da einfach überwerfen? Das ist so ziemlich egal. Oh. Okay. Anscheinend haben wir eins zu wenig. Hehe. Hehe. Naja. Du weißt, wie man die Dinge macht. Nö. Nicht. Wir haben noch... Na okay. Ein paar haben wir noch. Das nicht. Ja. Das nicht. Nö. Warum geht Warten nicht. Riggs... Jetzt geht es auf einmal. Nicht, das ist sehr seltsam. Müsst du da auch irgendwas drin haben? Ich weiß nicht genau, was da alles rein kann. Bricks werden automatisch nach irgendwo exportiert. Warum das denn jetzt? Ähm, ja, da kann einiges rein. Halt das Zeug, was für mich aus der Hose praktisch sein würde. Du kannst Nachtsicht auf der Hose haben, Lavaschutz. Ähm. Wasseratmung. Genau, Haste-Boost. Ja, Wasseratmung brauch ich nicht, Wasseratmung hab ich auf dem Helm schon, als Enchantment. Rektilabwehr. Obwohl, hab ich nicht. Also auf meiner momentanen Hose hab ich Protection 5 und Sons 5, also... Keine Ahnung, halt... Ich weiß nicht. Sowas gibt's ja nicht. Gibt's irgendeine Möglichkeit, wo ich einfach nachgucken kann, was wohin gehört? Äh, du kannst eigentlich alles... Alles überall hin. ...alles reinstecken und ich kann dir kurz mal einen Link schicken. Ja, gib mir den Link, wenn's recht ist. Und da steht drin, was du alles draufpacken kannst und was das macht. Digital's and Upgrades. Also alles kann überall rein. Mhm. Also Voll-Damage brauch ich eh nicht, ich hab die Schuhe. Also du kannst in einem Ding maximal zwei Dinger drin haben. Ach, ich kann also nur zwei in der Hose drin haben, okay. Ja. Nein, du kannst überall so viel wie Teile drin sind. Nein, zwei. Der Demon Bloodshot hat überall zwei. Warum hab ich dann in meinen... ...schuhen vier? Weiß ich nicht, kannst du gar nicht haben, weil der Demon Bloodshot auch mal drin sein muss. Da sind vier drin und die Demon Bloodshot muss nicht drin sein. Die Dinger gehen rein, das ist wohl wahr. Sie haben doch keinen Effekt. Hm. Probieren wir das doch gleich mal aus. Nachtsicht. Sigil of Holding und Sigil of the Bloodlamp sind nicht angegeben hier. Ja, gibt's auch nicht. Achso. Das ist toll. Sigil of Haste ist praktisch die... ...Rootz, die ich Ihnen gerade erahnen habe. Oh, ich glaube, die decken sich damit. Das wäre immer interessant. Ja, würden sie, aber dann bin ich ja noch sterblicher als jetzt schon. Ich weiß, die Stiefel mal kurz haben, nur so zum Experimentieren. Nein, ich bin gerade rausgedabbt. Ich brauch davon eigentlich gar nichts. Aber sie geben Teuflischenschutz. Wenn überhaupt Night Vision und... ...wahrscheinlich... ...also, man kann jetzt immer alles an- und ausschalten, oder? Allerdings nur alles zusammen. Dann ist Night Vision doof mit Haste, ähm... ...dann würde ich sagen, Haste and Warwind. Oder ist Void. Obwohl eigentlich, falle ich hier nicht in die Void. Ja, Haste and Warwind. Okay. Okay. Ich kann es ja gleich selber testen, mit dem Haste. Jetzt habe ich rausgetabt, jetzt habe ich wieder dieses blöde... Ach... ...die kann ja nicht einfach Fullscreen behalten, meine Güte. Ich glaube, das haben es auch immer. Simon, sag mir gleich nochmal, wie du es gemacht hast. Was denn, wie? Dass du wieder, ähm... ...dies mit dem... ...dass das wieder in Fullscreen geladen ist... ...und dass dieses blöde große Fenster nicht mehr da war? Ich habe das im Launcher gemacht. Ah, okay. Das ist eine Sache, die ich gar nicht wusste, dass man es im Launcher macht. Vielen lieben Dank. Das ist eine Sache, die ich gar nicht wusste, warum wir kaum welche von denen haben, ne? Na, Alter. Man kann so doch mit den Barrel Slimes spawnen. Okay. Ja, okay. Okay. Für mich im Wasser und dann stehen lassen, bis es vergammelt, irgendwann wird es lebendig. Okay. Das ist realistisch. Milch und Wasser? Mhm. Okay, dann merke ich mir das. Wenn man ein Villager-Zombie in Ridgewater reindrückt, könnte man irgendwann eine Ridge raus, oder? Glaube. Wieso ich glaube? Wäre möglich, dass das so... Hm. Wie willst du denn ein bisschen den Villager in dieses Ridgewater reindrücken? In das Barrel? Pürieren und reinschieben, oder was? Nee, rein droppen. Geht ja auch so gut. Hüpft ja auch nicht hier raus, oder so. Ja, das ist die Balanch da dran. Nee, nee. Ist der Slime noch da, oder hast du den schon gekillt? Der sollte gleich spawnen. Ich wollte mir eigentlich einen Safari nicht holen. Wo bist du gerade? Äh, im Haus hab ich's reingestellt. Das Barrel. Im Haus? Ins Haus. Ah. Das Wasser wird immer grüner. Oh mein Gott, geh beiseite. Muss ich killen. Warte mal, brauchen wir da mehr davon als nur einen? Ja, zehn. Ja, zehn. Ready Slime. Ja, dann kill nicht. Dann brauchen wir das. Ja, jetzt musst du es gammeln lassen. Warte, ich hole mal... Da steht Ready Slime. Ja, nee. Das springt irgendwann raus. Achso, okay. Safari Net? Hat das irgendwer gerade? Warum müssen wir das denn fangen? Damit wir mehr spawnen können. Wir können Kopien anlegen mit MFR. Aber wir haben leider keine Ender-Palen. Ich hab eine dabei, ähm. Wir brauchen vier. Und abgesehen... Wir haben zwölf. Wir brauchen doch eh nur fünf Slimes, oder? Dann können wir einfach fünf einmal Milch nehmen. Nein, wir machen das jetzt so. Wo haben wir zwölf? Nix? Ja, ab Boden. Ehemals in der MFR. Hab ihn gefunden, der Slime. Ja, dann geh raus und lass ihn machen. Der Slime hat einfach nur zwei Leben, den bringe ich ja fast sofort um. So. Jetzt brauchen wir nur noch so eine MFR-Spawn-Maschine. Hab ich unten. Oh. Ja. Ganz, ganz unten? Nein, neben der Crafting-Chamber. Ich bin mir irgendwie sicher, dass ein großer Slime reichen würde, weil der sich ins... Das ist hier gespürtlich passiert mit einer Blizz drin. Warum... Okay. Nein, egal. Was denn? Warum hier? Weil es hier grad passt. Weil hier sowohl Energie als auch... ...dingster Leitung durchkommen. Darf ich den killen? Ja, mach du ruhig. Da ist gleich noch einer. Ich glaub das reicht, oder? Ah! Lüften genug sein, ja. Da zählen nur die größeren. Der ist natürlich auch anders. Äh, die haben sie. Die haben sie alle. Okay. Äh, die haben wir. Wo genau war das denn? Witches und Brainy Zombies. Cl hazardils. Ne, wo genau war das jetzt? Ähm. In... Monster Hunter in... ... hording. Die haben wir, okay. Oh, dann brauchen wir's noch fünf Witches und... zehn angry zombies was eigentlich kein großes problem ist oder brainy zombies steht also ich glaube ich weiß was noch hier der kerzenleuchter hier oben ist ja wahrscheinlich auch noch mobs abhalten aber im kleineren bereich glaube ich war das eigentlich okay das hat wie jedes mal wenn ich an diesem notenblock vorbeigehe einfach eine andere note angestellt ist was für notenblock dem notenblock seit wann haben wir einen notenblock seit gefühlt der dritten folge oder so im haus da wo wir das brücherregal hing immer war da ein notenblock hast du toll gemacht ja okay gefunden Das ist in der Sülföl. Die steht mit meiner Hose Ah, okay Das ist toll Das ist sehr viel Info für mich Für die Aussage, die ich Markus soll sich angesprochen fühlen Er macht das, nicht ich Du hast so klug geklungen Und ich hab's ja eh alles falsch gemacht Haben wir wenigstens genug Frames Für die Hose, ja Titels haben wir auch Oder muss ich auch noch machen Musst auch noch Sag mir doch, was du Welche wolltest Das war Whirlwind und Haste Heißt er und Erstmal Ich weiß nur von Whirlwind und Haste Wie man die macht, kein Schimmer Da hab ich Nein, so heißen die Effekte Aber da gibt's ja Siegel dazu Die Siegel heißen Sigil of Haste und Sigil of Whirlwind Glaube ich Sigil of Haste Nicht Gibt's Tatsache Weil Haste ist Mining Speed Das will ich nämlich nicht Ich weiß Nichts ist Habe ich hier die schlechtesten Sachen ausgesucht zu machen Nicht die schlechtesten Aber fast Ja, da ist es doch immerhin noch fast gut von mir gewählt Wie soll's da was zu tun haben Ich hab mehr als genug zu tun mit den Quests Haben dieses Jahr im Moment keine aus mir gekümmert Ich kümmere mich um Quests Ich bin hier immer noch dabei Gerade hier meine ganzen Essenzen zusammen zu sammeln Für meine eine letzte Soundcraft Quest Also ich fang gerade Purple Madness an Was? Machst du da Hilfe für was Bestimmtes, oder? Ja, gibt ja genügend Items, die wir machen müssen Aber ich mach gerade die Colored Bricks Ah, okay Ja, nein Ja Ja Weil du es so gut ist Ja Ja was